Und da sind wir auch schon wieder direkt zurück hier im Kriegsgebiet in Afghanistan. Hier sieht man die Hubschrauber schon fliegen, die sie ständig Nachschub bringen. Und ja, wir mittendrin, da oben wird schon wieder ordentlich Ballert, Junge. Da lassen wir doch die Raketen erstmal steigen. Mensch, was ist denn hier los, Alter? Da druckelt ja hier wie Sau jetzt auf ehemal. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Seht ihr das? Da Wasser? Wenn ich mich da bewege, dann bewegt sich das da auch. Das packt doch hier schon wieder umher, oder was? Na klar packt das umher, das merkt doch gleich. Da, wenn er läuft nämlich auch. Ganz komisch. Aber naja, sollen wir uns nicht weiter aufhalten? Aufgepasst. Mensch. Ey. Weiss wahrscheinlich, weil ich schon wieder... Vielleicht weil ich schon so lange spiele, oder was? Keine Ahnung. Das läuft ja hier jetzt schon wieder den ganzen Tag fast. Vielleicht braucht die Playstation nochmal eine Pause. Man weiß es nicht. Keramikschale, die nehme ich mit. Ich weiß ja auch gar nicht... Hier ist ja auch kaum was... Kaum was zu sehen, ne? Und dann... Diese Wege hier, ey. Das ist ja ein Hin und Her hier wieder... Aber das Gute ist halt, dass die Typen, die vorgegangen sind... Die machen uns jetzt schön den Weg frei. Und wir können immer hier... In sammeln. Wo geht jetzt weiter? Ach da. Wir brauchen bloß noch in sammeln. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Ist da mal was drin? Jo. Ein Seesack. Und natürlich Schnaps. Schnaps, Schnaps, Schnaps. Überall Schnaps. Ne. Ich muss jetzt mal wieder... Ich muss mich jetzt... Mensch. Ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen zügeln hier. Was die ganzen Waffen mitnehmen angeht. Und so was alles. Und überhaupt den ganzen Ramsch. Hä? Was ist denn das hier, Alter? Das ist hier ganz schön am... Backen, alles. Aber naja, was soll's. Das ist ja auch ewig groß alles hier, ne? Irgendwo... Schleichen sich da trotzdem noch immer wieder Fehler ein. Da blöcke ich nun mal nicht aus. Mich persönlich stört das nicht. Solange es nur so eine Kleinigkeiten sind, ist mir das völlig egal. Ich finde da zum Beispiel auch cool, die macht da die Boote halt hier auch richtig schwanken, ne? Ist auch geil. Da unten ist auch noch was. Noch ein Seesack. Aber wir sammeln wieder ganz gut Munition jetzt wieder, ne? Das ist schön. Meine Freunde machen das ja hier, wiegt das... Wiegt das hier so mit Kree? Acht Schrotpatronen. Dogmeat badet. Ach, guck mal, das ist immer noch da. Auf dem Wasser. Das ist jetzt genau vor dem Hund. Der ist ja gar nicht der Hund, ne? Doch. Was ist das? Keine Ahnung. Komisch. Sehr, sehr komisch. Oh, halt. Hier ist auch noch was. Mensch. Wie, als Finn wieder. Ja, was ist denn nun? Triffst du den nicht, oder was? Muss ich das erst machen? Ja, dann schießt du auch mal zurück. Wo ist denn da einer? Geh mal beiseite hier. Alter Mann. Was ist denn da drin, oder was? Der ist schon tot, oder nicht? Da ist er. Da hinten rennt er. Hier ist Saudi. Ja. Oh. Warum ist denn das jetzt rot? Ach so, weil ich schleiche. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Das wäre ja, was die wollen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sind die Ofe immer auch gegen mich. Das hätte ja noch nicht fehlt. Alter, hier springst du nur von Boot zu Boot, ne? Aber dann kommst du wahrscheinlich da näher hin, oder was? Irgendwann. Irgendwie. Oder wie. Oder wie, oder was? Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Muss ja so sein, oder? Wo geht's hier hin? Ah. Jo. Immer her mit den guten Sachen. Oh. Schießt die auf uns auch? Zeigt gar nichts an, ne? Ach, guck mal, von da hinten werden wir sogar auch hierher gekommen. Hin. Warum hilfst du mir denn nicht? Zollstock. Halt. Da ist noch irgendwo einer, ne? Was hat denn? Was macht er denn da, Alter? Gut, die haben wir so alle weg jetzt, oder wird's? Nein! Scheiße, jetzt komm ich nicht mehr raus. Alter, was macht er da? Das stört ihn gar nicht. Jutti, jut, jut, jutti. Waren wir schon drauf? Da ist wahrscheinlich gar nicht, ne, oder? Na, Mensch, manchmal... Manchmal ist es dörmlich, ne? Aber da werden wir wahrscheinlich gar nicht hochkommen, oder? Doch. Hier ist nämlich eine Tür. So weit hätten sie zum Beispiel auch mal ruhig wieder machen können, ne? So wie wir das eh noch mal hatten. Wo ich da in das eh noch Haus rüber und rein gesprungen bin. Da war doch denn auch so ein kleines Secret gewesen. Fand ich eigentlich ganz geil. Hätten sie hier... Hätten sie hier jetzt zum Beispiel auch schon wieder machen können. Meiner Meinung nach. Hi. Ach, bist du auch mal wieder da? Geh doch nochmal ne Runde Bahn. Scheiße. Ich lass mich, sonst verlegen wir ja noch selber rennen. Hey! Okay, mal da hinten. Aufzug wird rüber gefahren. Sind das denn jetzt da Feinde, oder? Weiß ja nicht. Ich möchte... Ah, scheiße. Das ist aber grün gewesen eigentlich, ne? Ja, nicht, dass die jetzt auch da gegen uns sind. Hm. Das war grün, aber da hab ich nur zu spät gesehen. Kacke. Alter, was ist denn hier passiert? Ne, nach oben mach mal auf. Nee, das ist ein Raider. Hey. Level up. Alter, 29 sind wir schon, ne? Ja, ganz oben. Jetzt packen wir mal wieder den richtigen Sniper aus hier. Warte, der lebt immer noch. Mhm. Mehr peil da jetzt im Moment nicht an. Hier haben wir jetzt aber noch weiter mit, ne? Ja, ja. Aber wie kommt man denn da überhaupt hoch? Nur mit dem Ding, oder was? Nur mit diesem Lift? Na, dann müssen wir da erstmal hin. Würde ich sagen, ne? Hier ein bisschen... balancieren. Sind wir jetzt nicht schon gleich da? Bei diesem Lift? Ja, 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 ja. Das werden wir ja dann sehen. Geht mal hier. Munitione! Nein. Das bitte. Wo bist du denn? Was wollt ihr denn, hä? Was wollt ihr denn? Wo ist... Ah, da ist der Lift. Sind wir ja schon da. Sieht da noch ne... gelbe Kiste zwischen? Na, aber hallo. Naja, hat's jetzt... War jetzt nicht so doll, ne? Ah, ja, was machen die Möwen denn hier, Junge? Sind die bescheuert? Hier ist auch nochmal. Muni und... First Aid. Super. Mensch, was läuft hier heute? Da oben. Ja, was war denn dat? Hast du gesehen? Ah, den peilt da nicht an. Wo ist der? Ja. Nur verfickte Streit, die mir verstecken sich. Was? Was soll man... Oh, wo sollen wir nun schon hier helfen? Die brauchen ja ständig Hilfe. Mir hilft auch keiner. Erstmal mach ich die... Dinger da aus. Und dann... Würde ich sagen... Fahren wir mal rüber hier mit dem Lift, wa? Freunde. Lieber nochmal Nachlagen gleich. Jetzt. Ah, da. Alles klar. Down. Der andere ist irgendwo weiter oben. Okay, jetzt sind wir schon hier. Nö, 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 nö. Mach ich nicht. Kannst aber lange drauf warten. Kommt der von der Diener runter, oder? Ich meine, da geht nach oben, ne? Ja. Pass auf, wir machen die jetzt so erstmal alle platt hier. Na gut, da war ein... Ein guter Spielzug von dir, muss ich sagen. Aber das hat lange nicht erreicht. Lange nicht. Mein Freund. Ich höre doch hier ständig noch irgendwo so komisch in die Schütztürme, ne? Ja, wir machen die jetzt so erstmal alle down. Und dann, äh... Gucken wir uns hier näher um, würde ich sagen, ne? Also alles abluten und hast du nie gesehen. Aber Moment. Ist hier gar keine Arbeit, aber man. Wo geht denn das jetzt hier höher? Ach da. Ja, Mensch. Alter, geil. Hier oben, ne? Die Aussicht. Wenn jetzt noch hell, wer wird noch geiler, ne? Ja, Leute. Ich muss mich wieder mal von euch verabschieden. Jetzt sind wir aber schon fast ganz oben. Also ist jetzt hier wahrscheinlich schon gar keiner mehr. Und, äh... In der nächsten Folge werden wir dann hier noch alles ein bisschen abluten. Gucken, was wir hier noch so schön nicht finden. Und... Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.